ein paar haben so gefragt ja wie machst du dein youtube-videos so bildschirm übertragen und dann v wie der wenn ihr drauf geht jetzt kommt das hier muss die überspringen erst kommt so wenn man jetzt hier drin ist habe ich jetzt hier test dann droge es hier oben drauf dann kann ich sie bei musik bearbeiten also bei mir ist das so dass ich glaube ich speichern muss so wie es immer meine youtube-videos machen